hallo leute willkommen auf meinem youtube kanal zeptor 3d druck ja ich wünsche euch allen ein frohes neues jahr vor allem ein gesundes neues jahr also für alle ein gesundes 2021 ich hoffe dass wir irgendwann ja das hinter uns haben mit der pandemie aber na gut also es geht dieses jahr weiter mit vielen tutorials und ich habe mir gedacht wir fangen mal mit sdl tutorial an das ist dann sdl tutorial 3 wir werden heute ein teil importieren es hat 150.000 facetten und das werden wir in fusion dann in ein volumenkörper so also in fusion sagt man dann bereb körper konvertieren und das möchte ich heute gemeinsam mit euch machen und daher wechseln wir auf mein desktop und gucken uns das mal wie immer direkt dort an so ich habe mir zu weihnachten so eine oculus quest 2 gegönnt muss ich sagen ist echt ein hammer teil und möchte dafür eine wandhalterung bauen habe ich mir gesagt wenn ich das schon mache dann kann ich ja euch ja auch zeigen wie ich da komplett vorgehen so ich habe einen scan von dieser quest 2 oculus quest 2 im netz gefunden auf singe was den link packe ich euch unten in die beschreibung könnt ihr euch dann auch runterladen und derjenige der es hier hochgeladen hat er hat hier halt verschiedene auflösungen gescannt und er hat eine mit 150 k für den bad die nur für die brille und die finde ich jetzt eher interessanter als die konsole und die könnt ihr euch da runterladen zum beispiel und wenn ihr das runtergeladen habt dann kann man das dann hier in fusion bearbeiten ich habe das damit schon mal angefangen das wollte ich euch nur kurz zeigen aber wir möchten das jetzt komplett von neu machen das lösche ich hier nochmal schnell so dann machen wir mal hier eine neue konstruktion speichern das ab und nennen das mal 150 k oculus wie vorhin so wenn du euch noch was ganz interessantes hier ein so dann könnt ihr noch meine hardware auslastung sehen finde ich sehr interessant jetzt hier in diesem step das eigentlich die hardware fast keine rolle spielt das wird euch glaube ich schon gefallen so ganz abgespeichert und geht auf einfügen wenn wir jetzt hier auf einfügen gehen wählen wir netz einfügen aus und wählen natürlich das teil was wir brauchen hier ist es die quest 250 k an die öffnen und der nächste step ist hier wir wählen millimeter aus der rest ist so ein bisschen da könnt ihr spielen gucken was ihr braucht was ich gerne mache ist halt immer dass ich noch die mitte im mittelpunkt auswähle ja also von dem körper hier halt na das hier und dann hier die mitte dass mein koordinatensystem mein ursprung genau in der mitte von dem volumenkörper oder von dem von der stl sitzt dann sage ich okay wenn es bei euch nicht so farbig ist wie bei mir dann könnt ihr auf prüfen gehen komponenten farbwechsel ein aus oder umschalten genau und der erste step ist wenn wir uns angucken rechtsklick eigenschaften und wir sehen hier es hat 150.000 facetten und wir wissen jungen kann so viele facetten nicht in den volumenkörper umwandeln fusion fährt am besten so mit 10.000 aber bei diesem teil machen wir eine ausnahme und wir probieren mehr ich zeige euch das geht auch mit 50.000 facetten bei dem teil also sagen wir ok und dann gehen wir hier mit rechtsklick drauf und sagen bearbeiten wenn wir auch bearbeiten reingehen dann kommen wir auf diese netzbearbeitung ebene sage ich mal das erste was ich immer gerne mache ist bei solchen sachen neu vernetzen ich verändere gar nichts ich gehe einfach noch neu vernetzen und wähle hier den körper den kompletten volumen hier oder die sdl und sagt das hier mal von dichte her ich lass das so wie es ist wichtig ist hier mein augen die scharfen kanten beibehalten und die umgrenzung beibehalten ja und dann sage ich okay und dann könnt ihr auch meine auslastung sehen da ändert sich gar nichts also das ding ist einfach tot also mein cpu macht er gab mal ein zwei prozent und dann steht und da seht ihr hier was jetzt interessant ist wenn wir hier rechtsklick drauf machen und sagen eigenschaften dann haben wir schon mal 17.000 facetten weniger und das ding sieht eigentlich genauso wie vorher aus das heißt wenn ihr so sdls habt ihr am 60 55.000 dann könntet ihr schon damit schon eigentlich klar kommen ja und wichtig ist wenn ihr auf neu versetzen geht nimmt immer adaptiv ich zeige euch gleich den unterschied und nicht einheitlich immer adaptiv also einheitlich könnte man nehmen wenn zur kanticke einfach rechteckige kantige flächen sind so lineare sage ich mal und jetzt müssen wir aber die dreiecke reduzieren weil wir haben jetzt 133 glaube ich gab wir möchten ja auf 50.000 runter also gehen wir auf reduzieren wählen wieder hier unseren körper aus wichtig ist die flächenanzahl weil damit arbeitet hat fusion und ich empfehle ich hier 50.000 ja wir tippen hier 50.000 ein und machen wir mal das finde ich jetzt recht interessant guckt euch das jetzt an und hier ist adaptiv ich wollte euch das nur kurz sagen adaptiv und wir gehen jetzt noch mal auf einheitlich guckt euch das mal ab bei einheitlich verliert ihr so viel feinheiten seht ihr das ist alles weg weil der versucht alle dreiecke gleich groß zu machen und das ist das problem und das dürft ihr nicht machen deshalb adaptiv wählen und dann bei adaptiv sieht es wieder ganz anders und dann sagen wir okay jetzt muss er das natürlich ein bisschen reduzieren hat auch gemacht sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus mit 50.000 dreiecken finde ich ja ihr könnt natürlich auch noch die grafik hier sehen sieht eigentlich ganz gut aus da seht ihr auch wie viel arbeitsspeicher ich brauche und alles drum und dran so und dann machen wir einen rechtsblick drauf und gucken eigenschaften das ding hat 50.000 facetten sagen wir okay netz fertig stellen damit wir das jetzt in volumen körper umwandeln können oder dürfen gehen wir auf erstellen und sagen basiselement erstellen nur wenn wir basiselement erstellen machen oder aktivieren können wir eine stl in ein volumen körper umwandeln dann taucht eine neue option auf sagen wir basiselement erstellen dann erscheint immer dieses teil hier unten dieses komische abgeschrägte und dann könnt ihr rechtsklick entweder rechtsklick auf das teil machen oder über ändern netz hier netz in bären und dann einfach auswählen und okay sein und dann sagt der hier kommentierung warnt viel zu groß ist nicht empfohlen und wir sagen das was du denkst interessiert mich schon sehr wohl aber ich brauche diese auflösung und ich sage jetzt einfach mal okay und jetzt könnt ihr auch noch mal auf meine grafik hier achten da seht ihr dass das eigentlich gar nicht so viel mit dem rechner selbst mit der rechenleistung zu tun hat das ding funktioniert einfach so ohne ihr viel zeit zu investieren ja und jetzt es dauert halt jetzt paar sekündchen eigentlich passiert das alles auf dem browser da hat er mal kurz hier so ein schlenker gehabt ganz kurz aber da hat die cpu gerade mal gesagt jetzt bin ich gerade warm mehr nicht und jetzt damit wir hier was machen können müssen wir basiselement fertigstellen und wenn wir das hier gemacht haben und alles noch auch immer ein bisschen mehr so jetzt haben wir hier ein volumen körper und wenn wir jetzt auf steuerung 4g dann sehen wir dass das ding ein schon recht zum muss ist und man kann da schon dran arbeiten genau wenn man auf steuerung 6 wieder zurückgehen und wir wollen hier ich mache jetzt nur ein kleines beispiel nicht mehr und nicht weniger wir haben die ebene genau in der mitte was ich gesagt habe ich lege hier eine versatzebene drauf hier oben ja möchte hier zum beispiel zwei löcher haben irgendwo ja dann lege ich auf die neue ebene die ich erstellt habe lege ich eine skizze drauf hier es hat so ein bisschen ladezeiten das seht ihr jetzt gerade auch an meiner cpu grafik dass die man so ein bisschen wandert und dann wählen wir hier die fläche aus und dann sagen wir mal man wie könnte es doch richtig bemaßen ist ja klar aber das machen jetzt nicht ich sage jetzt einfach mal hier zwei bohrungen und sagt skizze fertigstellen und dann wähle ich mir die zwei aus und ziehe es einfach mal durch das ding tut es ist nur ein beispiel also ob man das braucht oder nicht es muss ja jeder für sich selbst wissen und am ende seht ihr das ist halt im volumenkörper ist wo wir dran arbeiten schnipsen können verändern können weitere features hinzufügen können genau ich würde sagen wir sprechen das jetzt ab so wie es ist und wenn man hier den unterschied jetzt zwischen der version sehen möchte und von der ich gemacht habe kann ich euch noch kurz zeigen jetzt abgespeichert und wir können jetzt mal die ressourcen wieder ausblenden man nicht mehr so hier seht ihr ich habe hier in den deutschen ausgehöhlt damit hat ein bisschen sauberes für mich und dann lässt sich auch die datei ganz anders bewegen weil ich habe also viel schrott hier entfernt bei dieser ganzen flächen hier habe ich alle entfernt aber die alten skizze rein drüber gezogen hier und ihr seht ihr das habe ich eine skizze gemacht somit es bleibt ob das dann über diese linie in der mitte gespiegelt und habe ich das extrudiert als wir sowas machen wollt so leute das ist für das erste jahr unser erstes tutorial gewesen ich hoffe es hat euch gefallen natürlich werden wir noch sehr viel machen sei es fusion sei es bruster sei es 3d druck alles mögliche material ich habe mir einiges vorgenommen für dieses jahr da werden wir gemeinsam echt durch starten und bevor ich das video jetzt zum schluss bringen möchte ich mich noch mal wirklich ganz herzlich für das jahr 2020 bedanken das war echt toll also tolle kommentare wir sind mittlerweile über 4000 abonnenten ich hoffe wir wachsen stetig werden noch größer von der community und ihr könnt am ende mindestens so gut wie ich konstruieren wenn nicht sogar besser also leute bleibt am ball bis zum nächsten video und ciao